Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, willkommen zurück im Teichling beim City Skylines Projekt. Ja, ja, mitten. Es ist wieder mal ausnahmsweise mitten in der Nacht. Hier ist alles versaut am Boden. Das ist ja schon schrecklich. Hoffentlich wird es jetzt bald Tag, weil wir uns vorgenommen haben, die nächste Bevölkerungsstufe zu erreichen und dann ein neues Gebiet zu kaufen und hier ein komplettes Industriegebiet zu bauen. Dann können wir Sons of the Forest einleiten, einreißen und einfach nur The Forest machen. Und hier weiterhin ausbauen mit solchen schönen Städtchen, Strecken, was auch immer. Aber dafür brauchen wir erstmal die 16.000, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, neues Gebiet können wir dann freischalten. Dafür brauchen wir erstmal die 16.000. Also ich finde, bis jetzt sieht die Stadt eigentlich schon ziemlich schick aus. Man kann hier noch eventuell hier noch ein Gebiet hin machen. So, dann wird ja sowieso zugebaut. Eichenhöhen. Ja, komm, wir machen das lieber mal so, nicht, dass da gleich irgendwie andere Industriegebiete kommen. Eichenhöhen. 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 Kommt mal so mal so, kommt auf die Windkraft an. Und hier haben wir auch noch links der Müllabfuhr. Wir müssen die Müllverarbeitung, also das müssen wir ein bisschen steigern. Durchschnittliche Gesundheit. Gefahr 33% von der Feuerwehr. Polizeirate ist niedrig, die Bildung ist 33%, also sind gebildet, gut gebildet sind 8%. Wir haben einiges vor. Einiges vor, aber dafür brauchen wir mehr Industriegebiet. Und für mehr Industriegebiet brauchen wir... So, warte, warte, warte. Wir gehen hier mal auf Rohstoffe. Nein, hier sind Naturrohstoffe. Hier unten könnte ich auch noch ein Industriegebiet bauen. Aber ich wollte das da oben. Und hier ist Erdöl, ne? Hier ist Eisen, aber Eisenerz ist, glaube ich, auch, wenn ich das richtig sehe, Umweltverschmutzung, ne? Das verursacht viel Bodenverschmutzung. Moderat. Landwirtschaft. Fruchtbares Land. Hm. Wie machen wir das am besten? Ja, komm. Warum ist es immer dunkel? Kann es nicht einmal Tag sein? Ich meine, es ist ja schön und gut, ne? Mit der Dunkelheit sieht es doch schick aus, aber... Aber, aber... Ist jetzt ehrlich, ein auf den machen. Ihr habt hier genug blaues Gebiet und grünes Gebiet. Nur das Einzige, was ihr nicht habt, ist gelbes Gebiet. Und das brauchen sie. Aber wir haben hier jetzt genug blaues Gebiet. Wir brauchen halt wirklich noch die 15.000 für mehr Leute. Das Geld wächst. Ich kann auch langsam, glaube ich, Kredits abbezahlen. Weil ich sowieso nicht weiß, was ich aufnehmen soll. Was ich bauen soll. Bis jetzt sind wir nur wirklich am rumlaufen, wie Horsts. Da ist ein Feuer. Okay. Das Einzige, was ich eventuell machen kann, ist, hier schon anfangen, die Straßen langzuziehen. Aber ich will hier wirklich so eine Etelstraße. Ja, die kostet mich jetzt schon 12.000. Dann habe ich die mit Kurve. Einmal hier so... Langziehen. Nicht genug Geld mehr. Weil dann kann ich hier gleich eine Auffahrt hochfahren. Hochbauen. Und das werde ich jetzt auch machen. Kann ich hier so... Dann fährt er hier drauf. Und... Wie war das nochmal? Wie war das nochmal? Fährt nach oben, ne? Und dann Bild nach unten. Ja, meine Kunstwerke sind die besten. Besser kann es nicht aussehen, optisch. Wir sehen es mal 15.000. Das Geld steigt wieder. 11.000 kriegen wir momentan mehr. Ich meine, okay, die bauen so ganz nach und nach die Häuser, ne? Aber das werden wir noch komplett einreißen. Und dann werde ich da gucken, dass ich da irgendwas komplett Geniales hinbaue. Wir brauchen auch noch hier so die Müllkapazität. Dass ich hier komplett rübergehe mit Müll. Dass das hier alles Umweltverschmutzung ist. Dass ich dann halt wirklich mich darum kümmere, dass die hier leer gemacht werden wegen der Umweltverschmutzung. Zweispurig. Komm, wir gehen. Wir sind aktuell bei... Oh, die Brücke sieht aber auch schick aus, ne? Das muss man sehr ehrlich sagen. Der fährt auch einfach so hoch. Ist das eine Einbahnstraße? Ne, eigentlich nicht, ne? Die müssen ja wieder zurückkommen können. Der fährst du jetzt runter? Und wo ein Platsch? So, die Brücke ist fertig. Sieht nice aus, muss ich ehrlich sagen. Hier kann man das hier nämlich komplett einreißen, verschieben. Hier kann ich noch Strom rüberziehen. Das heißt, übers Wasser. Das ist dann auch kein Problem. Du hast hier genug Blau. Du sagst, du brauchst Blau, aber du hast einfach genug Blau. Und hier wird auch noch gebaut. Aber da müssen wir... Will ich das hier noch komplett einreißen wahrscheinlich. Um dann zu schauen, wie wir das erbauen. So. So, dann ziehen wir erstmal hier so die Straße lang. Dann kommt der Strom. Strom ist geliefert. Längster Boomster 1 ist da. Gebäude verschieben. Ach, wir haben nicht genug Geld für eine Verschiebung. Okay. Dann können wir aber anfangen hier... ...gebäude in andere Einrichtungen entlernen. Ja, wir müssen nach und nach hier... ...komme, die mache ich jetzt auch leer. Und die auch. Ich mache die mal hier. Alle, die hier sind, lasse ich leer laufen. Und dann, sobald wir das Geld haben, machen wir das hier. Weil das kostet 6.000, den zu verschieben. Das machen wir aber auch. Das haben wir nötig. So, wenn der leer ist, kann ich den auch verschieben. Dann habe ich meine ganzen Müllabfuhr-Dinger da. Dann hoffen wir mal, dass es auch mit der Müllabfuhr läuft. Ich meine, du wirst der Erste sein, den ich verschieben kann. Weil du 3% nur hast. Bei euch wird das ein bisschen länger dauern. Aber dann habe ich hier keine Umweltverschmutzung mehr. Das ist das Wichtige. Ganz einfach. Du bist das Wichtige. Dann noch hier so eine einzelne Straße hin. Dann kann ich hier noch... Ach, ihr braucht Wasser. So, bitteschön. Bitteschön. Noch ein bisschen. Dann können wir gleich das Gebiet kaufen. Wir sind bei 0% voll. 53% voll. 2%. Und wir können das neue Gebiet kaufen. Kriegen sogar noch einen schönen Bonus. Kaufen. 10.000. Perfekt. Gehen wir auch nochmal auf das Darlehen. 48.000. Abbezahlt. Dann bauen wir gleich weiter. Neues Gebiet ist da. Das heißt, ich kann hier wirklich jetzt komplett ein auf Industriewirtschaft machen. So, einmal hier. Ja, komm, 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 komm. Schönes Gewerbegebiet. Der Extra-Klasse. Und da kann man auch noch schön nach oben ausbauen. Wenn man das so sieht. Dann kann ich das Stückchen hier noch einreißen. Dann kann ich hier so ein bisschen gerade hinbauen. Dann habe ich nämlich zwei Stellen, wo ich das hier hochbauen kann. So, Gebiet. Bist du leer? 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 Da werden die jetzt gerade hingebracht. Ich bin im Normalbetrieb, ja. Ja, 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 ja. Es ist eine Heidenarbeit, was ich hier vorhabe. Und wir sind nicht wirklich vorangekommen bis jetzt. 13 Minuten Spielkredit will ich jetzt nicht dafür aufnehmen, weil sonst... Weil es läuft halt gerade optimal vom Geld her, ne? Es läuft gerade wirklich optimal vom Geld her. Vielleicht werde ich irgendwann mal den hier aufnehmen, dass ich das Stadion eben schnell bauen kann, weil das Stadion bringt ja auch immer extrem viel Geld ein. Und das wäre dann schon mal etwas. Komm. Einfach nur, weil ich es kann, baue ich hier schon mal noch eine hin. Einfach nur, damit die sicher sind. Und ich ziehe das Wasser hier lang. Dann ist das auch im Rahmen. So, dann mache ich einzelne Straßen, mache ich mittlere Straßen, große Straßen. Wir brauchen hier auf jeden Fall auch noch Strom. Ob das haben wir eigentlich nicht. Da will ich Wasser abpumpen. Da werde ich Wasser abpumpen. Dann haben wir das hier so zu. Dann können wir vielleicht hier noch so ein paar Einkaufsgeschäfte bauen. Dass wir hier auch einkaufen gehen können auf dem Rückweg oder auf dem Weg zur Arbeit. Also ich brauche 10.000 für diese Strecke. Und gar kein Geld für diese Strecke. Perfekt. Das heißt, es ist Geld sparen. Es ist wenigstens wieder Tag. Das ist das Wichtige daran. Du bist immer noch bei 2%. Bei euch sind halt wirklich alle unterwegs. Das ist das Gute daran. Die sind halt wirklich auf Hochtouren. So, dann brauche ich hier jetzt nur noch 5.000 knapp. Dann kann ich anfangen, das neue Industriegebiet zu belästigen. Schöne grüne Energie, grüne Stadtjahr, Müllabfuhr. Brauchen wir noch eine. Ich glaube, ich lasse aber einzelne da stehen. Einzelne Müllabfuhr, dass ich die immer wieder voll machen lasse. Und dann können sie, wenn sie, wenn sie, ja genau, ihr wisst genau, was ich meine. Wenn die voll sind, dann lasse ich sie einfach wieder leerlaufen. Entleerung Mülldeponie. Okay, dann hätten wir das erledigt. So, dann brauchen wir die ersten vierspurigen Straßen. Ich glaube, das wird vom Verkehr her besser angesehen. Das Ding ist, wir müssen auch, ja, wir machen ja erstmal die Autobahnfahrten, dass sie wirklich dreckig sind. So, warte, wir haben jetzt von den Straßen her hier hoch und hier hinten runter. Nicht genügend Geld. Ein bisschen Geld muss noch reinkommen. Dann haben wir hier unsere Luxus, was auch immer das sein soll. Dann brauchen wir Strom. Brauchen wir auch 4000. Wir müssen immer ein bisschen warten und es sind immer Nacht. Immer ist es Nacht. Das ist echt unglaublich. So, wie sieht das jetzt aus? 1%, 15%, 70, 84, 36, 39. Läuft hart bei euch. Läuft hart bei euch. So, come on. Let's go. Dann wird hier jetzt was Neues entsteht. Ach, scheiße, wir brauchen auch Wasser. Wir brauchen hier auch Wasser. Und dafür brauche ich wie viel Geld? 4000. Das ist meine Summe. Das ist meine Summe des Tages. Die nächste Station ist 20.000. Drittes Darling können wir dann holen. Und ein Solarkraftwerk. Dann haben wir Sonnenenergie. Aber da hier dauernd Nacht ist, ist es natürlich was anderes. So, 1% voll, 15% voll. Dann Budgets. 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 Müllabfuhr. Du kriegst mehr ein Budget. Kostet mich das von mehr, aber egal. Dann geht das hier vielleicht mit dem Müll weg. Komm, komm, komm. Wir investieren noch ein bisschen mehr. Über Tag machen wir 130 und in der Nacht 115. Perfekt. Dann müsste das eventuell kein Problem geben. Wir können auch weiterarbeiten. Ich kann den nächsten hier wegholen. Perfekt. Und ich habe das Wasser vergessen. Was ich hier hinten brauche. Okay. So, Industriegebiet. Wächst. Wasser ist da. Müllabfuhr wird geregelt. So ganz langsam. Aber ich schätze mal, ich brauche nicht nur da. Ich werde auch dann irgendwie hier so hinten noch eine machen. Komplette Müllabfuhr. Hier so will ich... Naja, vielleicht kann ich auch hier so hinten eine Müllabfuhr machen. Mit dem Dreckwasser, was hier verspielt wird. Wäre das eine Möglichkeit. So, noch eine. Fünf Stück haben wir jetzt da. Einrichtung leer. Das heißt, wir haben jetzt sogar sechs Stück da. Beste Leben. In Normalbetrieb. Ja, okay. Die haben jetzt noch mittlerweile alle sieb... äh... Siebten Fahrzeuge. Schon mal stark. Die will ich noch weg haben. Und die wahrscheinlich, weil ich dann sowieso hier hinten habe alles. Aber müssen wir mal gucken, wie das sich alles entwickelt. Wir haben wieder 4000. Industriegebiete wächst langsam. Sie bauen ihre Dinger auf. Und da ist es hier alles gut am Frühlingsplatz. Läuft hart bei euch. Wir haben eine Auffahrt, die total scheiße steht. Und eine Abfahrt, die direkt am Anfang ist. Also vom Verkehrsstau dürften wir eigentlich nichts führen. Aber das wird sowieso. Sobald wir ein bisschen mehr Geld haben. Wir gehen ja auch jetzt auf die 20.000 zu. Und da das Industriegebiet hier so läuft, werden wir sowieso wahrscheinlich dann den Staudamm hier fertig bauen. Und dann schauen wir, dass wir diese Straßen hier, diese Auffahrten ein bisschen ordentlicher machen. Dass ich dann vielleicht hier so Auffahrten mache. Komplett. Und Abfahrten auf der komplett anderen Seite. Müssen wir mal schauen, dass ich auch mehr mit Kreiseln arbeite. Nicht nur so Kreuzverkehr und so einen Scheiß. Wie hier so. Eigentlich habe ich nur hier so Kreuzverkehr. Aber hier habe ich gleich mehr. Aber dennoch ist es schon ziemlich viel. Und wir müssen auch regeln, wie das mit dem Müll läuft. So. Auf jeden Fall würde ich die heutige Folge hier beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Wenn nicht was dazwischen kommt. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Abo da. Und ciao. Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich hab kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Ich hab kein Interesse, weil sie wissen, ja, 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 ich hab kein Interesse.